Hallo Freunde, eine neue Folge von FCMotoTV. Ich verspreche euch, ich bin nicht der Ironman, aber der Handschuhman. Mit Näheres erfahrt ihr gleich. So Leute, wir haben heute das Thema Handschuh. Auch wenn ich jetzt hier einen sehr speziell etwas sportlicheren Handschuh habe, geht es erstmal um viele Basics. Dann gehe ich mal am Rande darauf ein, wodurch sich ein sportlicher Handschuh auszeichnet. Das ist jetzt ein Modell von Arlenes, der nennt sich in Deutsch Suggello. Mir ist gesagt worden, ich soll das italienische Suggello aussprechen. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, das sind Arlenes Handschuhe. Wichtig, bevor ich jetzt in die Details gehe, das Allerwichtigste beim Handschuh ist die Passform und natürlich das Material. Zur Passform sage ich im Anschluss was, Material. In dem Fall ist es ein Ziegenleder. Ziegenleder macht deshalb Sinn, weil bei gleicher oder ähnlicher Reißfestigkeit wie beim Rindsleder ist es so, dass das Material etwas griffiger ist, etwas flexibler. Deshalb werden bei vielen Handschuhen auch Ziegenleder heute oder Ziegenleder verwendet. Und in dem konkreten Fall ist es halt dadurch, dass es ein sportlicher Handschuh ist, auch ein sehr flexibler Handschuh. Was die Passform angeht, ist ganz, ganz wichtig. Erstens, dass der Handschuh bis in die Fingerwurzel reingeht. Würde er nicht bis in die Fingerwurzel gehen, habt ihr Probleme, die Finger einzeln zu bewegen. Ähnlich wie bei einer zu tief sitzenden Jeans, da kommt auch kaum aufs Motorrad drauf. Und das Zweite ist, dass der Handschuh an der Fingerspitze bei einem Sommerhandschuh einen minimalen Tisch stattfinden lassen kann. Wenn ihr zu stark anstoßt an die Fingerspitze, ist er zu klein. Im besten Fall nimmt er eine halbe Nummer größer, im schlechteren Fall eine Nummer größer, nicht, dass er dann schon zu groß wäre. Wichtig ist immer zu sagen, wenn ihr die Faust macht, wird der Handschuh in Relation kürzer. Ihr braucht aber nicht die komplette Faust zu machen, denn ihr müsst ja immer überlegen, dass ja mindestens der Griff dazwischen ist. Also die komplette Faust ist immer sehr, sehr eng, aber die Griffweite soll schon simuliert werden. Am allerbesten ist, wenn ihr mit eurem eigenen Moped von Laden vorfahrt oder im ideellen Fall seid ihr bei einem Motorradhändler, der eine gute Handschuhabteilung hat. Und dann greift er einfach mal an den Motorradlenker und probiert auch mal bewusst Bremse und Kupplung aus. Und dann auch teilweise, je nachdem wie die Armaturen liegen, die Schaltereinheiten. Ich versichere euch, dass die Ziege, die da drinnen steckte, zwar schon lange, lange tot ist, trotzdem spricht man bei Leder von einem lebendigen Material. Also auch der Handschuh wird dann im Gebrauch deutlich flexibler werden. Von daher kann ein minimales Engegefühl durchaus stattfinden. Das wird sich in der Regel setzen. Wenn ich von der Passform spreche, ist es jetzt ganz, ganz wichtig, jetzt bei dem Modell, der passt mir ausnahmsweise mal wirklich saugend. Ein Stretch, der nur hier eingesetzt ist, ist etwas zu wenig. Ein guter Handschuh zeichnet sich dadurch aus, ich zeige das mal hier, dass der einen Klettverschluss hat, der den am Handgelenk sehr, sehr eng fasst. In dem Fall hat er nochmal sicherheitshalber so eine Klettklappe, damit beim eventuellen Unfall der Klettverschluss nicht aufgerieben wird. Das heißt, er muss ein ganz, ganz enges Gefühl vermitteln im Handgelenksbereich. Denn was habe ich davon, wenn ich einen guten Handschuh an habe, aber der bei einem Unfall vorher abgerissen wird. Also von daher, enger Handgelenksbereich ist schon 50% der Sicherheitskriterien. Des Weiteren ist es halt so, dass der Handschuh auf der Innenhand relativ stark gemacht werden muss. Das heißt, die erste Reaktion, die ich halt habe, wenn ich einen Unfall habe, ist, dass ich meinen Körper und meinen Kopf schützen will. Ich stütze mich also so nach vorne ab. Deshalb sind die Handschuhe im Sturzbereich mindestens gedoppelt vom Leder. Oder wie in dem Modell, dass hier im Handballenbereich nochmal so eine Temperform, Suprotec Einlage ist, die den Handballen deutlich mehr schützt, als wenn es denn jetzt nur eine Lederdopplung wäre. Die Lederdopplung in dem Bereich ist, weil das die Hauptkontakte sind, wenn ihr um den Lenker geht. Das heißt, das ist ein Kunstledereinsatz, der dann noch etwas bessere Reißwerte und Festigkeitswerte hat als reines Leder. Und das wiederholt sich dann auch nochmal im Daumenballenbereich, wo man sich halt sehr, sehr viel abstützt. Vielleicht ein paar Sachen zur Verarbeitung. Der Handschuh jetzt hier hat außenliegende Nähte. Jetzt wird der Laie meinen, oh, das ist aber eine billige Verarbeitung, wenn er die Nähte außenliegen hat. Edler und besser verarbeitet sind natürlich immer aus dem Handschuh, der, ich habe auch mal ein anderes Modell mitgebracht, wo die Nähte innenliegend sind. Der Grund, wofür diese ganzen Nähte außen gesteppt sind, ist, dass eine Naht, die immer Platz bedeutet oder bedarf, nicht nach innen wandert, denn dann könnte es unbequem werden. Also von daher, der hat das bewusst als Kriterium gewählt, damit der Handschuh innen druckfrei ist und deshalb liegen bei dem die Nähte außerhalb. Von daher, wenn ein Handschuh sowas hat, ist das definitiv eher ein Kriterium für eine gute Güteklasse und nicht für mangelnde oder schlechtere Verarbeitung. Vielleicht auch noch von der Protektion, ich bin da eben von meinem Pfad abgewichen. Die Handballenprotektion habe ich ja eben schon angesprochen, der zieht diese Protektion auch noch bis in den kleinen Fingerbereich rein. Das heißt, wenn man stürzt und es wird jetzt nicht dieser Fall stattfinden, dass man sich mit dem Handballen abstützt, ist es oft so, dass man sich seitlich abstützt. Und dann ist natürlich der kleine Fingerbereich auch der, der am ehesten zum Durchscheuern neigt oder wo dann eine große Gefahr ist, dass es halt zum Durchreißen des Leders käme. Wir gucken mal auf die Außenhand, denn auch da ist der relativ stark mit Protektion ausgestattet. Im Knöchelbereich ist es tatsächlich so, in dem konkreten Fall bei diesem Sugelo-Handschuh, dass der so eine Magnesiumprotektion hat, also relativ leicht und trotzdem sehr widerstandsfähig. Zusätzlich ist der dann auch glatt, dass man sich halt da mit dem Asphalt nicht verkrallt. Fairerweise muss ich sagen, dann hat der nochmal so eine aufgesetzte Protektion, ich zeige es nochmal in die Kamera, so eine aufgesetzte Protektion, die als Lüftung ausgelegt ist. Da muss ich ganz offen sagen, das ist ein Gimmick. Das heißt, diese Lederdoppelung kann ich sehr wohl als positives Argument verkaufen, aber diese Lüftungshutzen an diesen Stellen, das ist ein Verkaufsgimmick. Das hört ihr jetzt von mir nicht als Kaufargument. Während hingegen die Perforation an den Innenteilen, ich zeige es nochmal in die Zoom-Kamera, die Perforation an den Innenteilen auch sofort in den Handschuh reingeht. Da ist es so bei 25 Grad aufwärts, dass das tatsächlich eine deutlich bessere Belüftung ist, als diese angedeuteten Hutzen auf der Außenhand. Ein vorletztes wichtiges Kriterium ist noch, ihr seht das vielleicht ja, wenn ich die Hand oder die Faust mache. Hier ist eine Dehnfalte drin, das heißt, der Handschuh ist, was die Oberhand angeht, unterbrochen. Dann, sprich, wenn ich eine Bewegung mache und in der Regel halt die Faust um den Lenkergriff rum, habe ich jetzt hier eine Dehnbewegung von circa einem Zentimeter, ehe eine Spannung aufgebaut wird, die unangenehm wird. Also auch das ist immer ein gutes Kriterium. Und ob das ein Tourenhandschuh ist oder ein Sporthandschuh, das wird in allen Fällen für euch gleich angenehm empfunden werden. Dass eine Stulpe in letzter Konsequenz natürlich so weit gemacht wird, dass auch eine Lederkombi reinpasst, um dann eng geschlossen zu werden. Ich glaube, das ist mittlerweile ein allgemein gültiges Kriterium, dass es da einen Sommersporthandschuh gibt, wo die Stulpe so ähnlich kurz ist wie bei so einem, ja, ich nenne das jetzt mal Shopperhandschuh, das findet wohl nicht mehr statt. Ich fasse zusammen, das wichtigste Kriterium ist eine sehr, sehr gute Passform und dann solltet ihr einfach schauen, dass die Protektion so ausgeprägt ist, dass ihr auch wirklich im Falle eines Falles den maximalen Schutz habt. Es gibt immer noch extremere Modelle, als Beispiel ein Supersporthandschuh wird noch mehr Protektion haben, aber da würden wir dann ins Detail gehen, wenn es entsprechend mal um einen reinen Supersporthandschuh geht oder um einen reinen Shopperhandschuh, reinen Tourenhandschuh, hier ist noch gar keine Wasserdichtheit dabei, auch das ist beim Handschuh ein wichtiges Kriterium, aber da machen wir eine separate Folge drüber, das wird bestimmt auch eine ganz interessante Angelegenheit. Das war es eigentlich jetzt, was so grob die Kaufargumente für einen gut gemachten Handschuh angeht. Mir bleibt erneut nichts anderes übrig, als zu sagen, abonniert uns, schreibt uns jede Menge Kommentare, über Daumen hoch freue ich mich sowieso, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal und die Links wie immer in unserer Beschreibung unter dem Video. Ich freue mich auf den nächsten Besuch von euch bei uns auf der Seite. Adios.